Mann! Aber das ist du. Ich klebe das. Selten. Warum lachst du? Weiß nicht. Achtung, ich komme. Ich habe dir deine Haare eingedemmt. Machen wir kurz deine Beckenhaare. Das ist Döse. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich männlich? Nein. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich weiblich? Nein. Ich muss auch gerade umlenken. Ich bin eine Frau. Habe ich was mit Sport zu tun? Nee. Ich war auch eine Frau, ne? Habe ich was mit Sport zu tun? Nee. War ich ein Mann? Guck, ich bin schon fertig. Okay, gut. Bitte. Wir fragen dich doch mal schnell. Okay. Bin ich älter als 30? Ja. Komme ich im Fernsehen? Ja. Habe ich was mit Politik zu tun? Ja. Bin ich Kanzlerin? Manu. Ich bin ein Mann. Wie viel in ihr? Na ja. Danke. Oh Mann, no. Geh komisch.